Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Master of Search Podcast. Ja, heute eine aktuelle Thematik und das kann man aber auch sicherlich noch in einem halben Jahr hören oder einem Jahr hören. Und zwar geht es um das Thema Agenturvergütung und Preiserhöhung. Ja, ich habe in den letzten Wochen auch auf YouTube einige Videos gemacht rund um das Thema aktuelle Marktlage, Preiserhöhungen, Inflationen, wie das Konsumklima so ist und wie stark das nachlässt. Wir sehen das bei einigen Kunden oder bei den meisten Kunden, dass der Black Friday auch zwar gut lief, aber im Verhältnis zu letztem Jahr oder vorletztem Jahr halt einfach extrem niedriger. Und man merkt, die Nachfrage nach Sparen und nach Rabatten und Aktionen ist einfach extrem groß geworden. Ja, und die Kauffreudigkeit, die lässt tatsächlich dann doch etwas zu wünschen übrig. Und im gleichen Zuge haben wir natürlich durch die Inflation sehr viele gestiegene Lebensmittelpreise, Personalkosten, Beschaffungskosten. Und ja, so wird das jetzt am Markt im Prinzip Schritt für Schritt natürlich auch durchgesetzt und teilweise sehr massiv die Preise erhöht. Und das ist natürlich auch in unserem Bereich so. Also wir kriegen von einigen Kunden und vielen Kontakten, die noch nicht unsere Kunden sind, zu hören, dass ihre Agenturen, die sie beauftragen oder ihre Dienstleister jetzt teilweise massiv die Preise erhöhen. Und das ist für mich einmal so ein Grund dafür und ein Anlass dazu, mal diese Folge aufzunehmen und auch so ein bisschen dir Hilfestellung zu geben, mal das Modell zu überdenken. Also das Modell dieses klassischen, ich beauftrage eine Agentur, die macht für mich das Suchmaschinenmarketing, die betreut meine Google Ads Kampagnen, die setzt mir vielleicht Google Analytics auf und wertet mir auch wichtige Dinge in Analytics auf, schickt mir einmal im Monat einen Bericht. Ja, und ich habe vielleicht eine Unterstützung per E-Mail, dass ich dann, wenn ich eine Frage habe, vielleicht auch nach ein paar Tagen mal eine Antwort bekomme. Wenn das Ganze für dich deutlich besser läuft als das, was ich gerade skizziere, dann super, dann bist du tatsächlich gefühlt einer von wenigen Kunden, unsere natürlich dabei ausgenommen, wo das ja einfach in der Gesamtbetreuung sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, ich möchte dir jetzt einfach mal so ein bisschen eine Hilfestellung geben, wie du im Prinzip das überdenken kannst, ob diese Preiserhöhung, und wir hören da teilweise, ja, dass manche Anbieter doch massiv ihre Preise erhöhen, also von dreifach bis vierfach ist da tatsächlich dann auch alles dabei. Ja, also, ich möchte dir mal so Punkt für Punkt mitgeben, und zwar, prüfe doch mal, ob die Vergütung im Verhältnis eigentlich zu der Leistung steht. Ja, also, die Vergütung, die du bis jetzt bezahlt hast, war die vielleicht noch in Ordnung, was für Ergebnisse erreichst du, hast du Ziele definiert, werden die Ziele auch erreicht, und wenn jetzt die neue Vergütung quasi aufgerufen wird, und die deutlich höher ist, steht das dann immer noch in einem gesunden Verhältnis. Also hast du immer noch das Gefühl, dass der hohe Preis gerechtfertigt ist, und dass deine Ziele dafür auch entsprechend weiterhin nachverfolgt werden und auch erreicht werden. Im Idealfall sollten sie natürlich auch dann entsprechend verdreifacht oder vervierfacht werden. Das wäre natürlich dann das Optimum. Hast du auch immer noch die gleichen Ziele wie deine Agentur? Ja, also auch das ist tatsächlich ein Thema, was mich immer wieder umtreibt, und das jetzt schon seit 16 Jahren, seitdem ich erst als Angestellter im Agenturbereich unterwegs war und auch eben jetzt seit 10 Jahren selbstständig. Wir fragen uns immer wieder, wie es sein kann, dass Agenturen und auch die Kunden, die diese Agenturen beauftragen, so stark immer eine Komponente dabei haben wollen, die auf die Werbeausgaben sich beziehen. Also wo ist der richtige Sinn dahinter und das gemeinsame Interesse, einen prozentualen Anteil von den Werbeausgaben bei Google zu bekommen? Das Ziel sollte doch sein, dass ihr bestimmte Conversions definiert und die in einem gewissen CPA- oder ROAS-Verhältnis auch generiert werden und ihr dafür entsprechend auch dann die Leistung bezahlt. Entweder als Fixpreis oder eben dann nochmal als Variable in Bezug eben auf diese Zielerreichung. Eine prozentuale Abhängigkeit vom Budget hat doch für eine Agentur immer eher das Interesse, die Kosten zu steigern, also vielleicht auch einfach mal eine Kampagne aufzusetzen, die Kosten produziert, die vielleicht nicht ganz so effizient ist, wie sie sein könnte. Und ihr habt im Prinzip immer das Interesse, das Budget möglichst gering zu halten, weil ihr wisst, je höher das Budget ist, desto mehr bezahlt ihr auch an die Agentur. Also das meine ich mit, hast du die gleichen Ziele wie die Agentur? Und das kann man relativ simpel auflösen, indem man eben nicht einen prozentualen Anteil am Budget in der Vergütung mit dabei hat, sondern das eben davon komplett losgelöst lässt und das halt wirklich daran koppelt, dass es eine gewisse Zielerreichung gibt oder eben einen Festpreis, der für dich auch einfach kalkulierbar ist. Dann, ganz wichtig für uns war schon immer, und auch das ist ein Punkt, den wir im Prinzip noch nie nachvollziehen konnten, warum bekommst du keinen Zugriff auf deine Google Ads Kampagnen? Ja, es gibt so viele Agenturen da draußen, ich nehme jetzt bitte nicht alle sozusagen mit ins Boot, sondern ich kenne zum Glück auch genügend, die das so machen wie wir. Das bedeutet, der Kunde kommt entweder mit einem bestehenden Google Ads Konto oder wir übernehmen ein bestehendes Google Ads Konto und natürlich behält er den kompletten Zugriff, Administrationszugriff auf dieses Konto. Und wenn er die Zusammenarbeit beendet, natürlich bekommt er auch dieses Google Ads Konto einfach wieder in seine vollen Hände, in seinen vollen Zugriff. Es gibt aber leider heute immer noch Agenturen, die im Prinzip wie eine Blackbox arbeiten. Also da wird ein Google Ads Konto aufgesetzt, da werden Kampagnen geschaltet und der Kunde bekommt nie Zugriff auf dieses Konto. Er kann nie wirklich in das Google Ads Konto gehen, selbst in die Kampagnen schauen, da irgendwie genaue Einblicke bekommen und das persönlich können wir halt wirklich nicht nachvollziehen, weil was ist sozusagen da der Hintergrund? Also warum gibt man diesen Zugriff nicht? Hat man Angst, dass der Kunde da Änderungen vornimmt, was man aber aus Agentursicht natürlich ganz schnell auch unterbinden kann? Das kommt bei uns auch wirklich selten vor. Wenn es vorkam, haben wir dem Kunden erklärt, warum das nicht sinnvoll ist, auch immer noch zusätzlich Änderungen dort vorzunehmen und war noch nie ein dauerhaftes Problem. Oder soll irgendetwas verschleiert werden? Weißt du zum Beispiel, ob das Budget, was dir in Rechnung gestellt wird, wirklich auch bei Google abgerechnet wird? Also wird das wirklich auch bei Google ausgegeben? Ja, das sind jetzt Behauptungen, die ich tatsächlich in Einzelfällen auch schon mal gesehen und belegen kann. Aber natürlich, auch hier wieder vorweggeschickt, das ist jetzt nicht so, dass jede Agentur so arbeitet. Aber wenn du in der Situation bist und du hast keinen Zugriff auf dein Konto, ja, dann überlege doch mal, warum das so ist und ob das wirklich so sein muss. Ja, und noch viel schlimmer wird es, wenn du am Ende der Zusammenarbeit dann eben keinen Zugriff auf dein Konto bekommst oder du dann noch einen extra Betrag bezahlen sollst damit, dafür, dass du das dann auch bekommst. Ja, das verstehe ich selbst noch viel weniger und ist tatsächlich auch etwas, was meines Wissens nach eigentlich in den Google-Partner-Richtlinien auch untersagt ist. Ja, nächster Punkt, den du dir auch im Zuge von so Preiserhöhungen mal überdenken solltest, hast du einen festen Ansprechpartner? Ja, also weißt du, wen du telefonisch oder per E-Mail erreichen kannst und wer dir auch relativ schnell antwortet? Und ist das auch die Person, die dann wirklich deine Kampagnen betreut und auch jederzeit Einblick hat und das einfach versteht? Ja, und es gibt, gibt es auch wirklich einen festen Ansprechpartner, der sich auch versucht, mit deinem Geschäftsmodell auseinanderzusetzen. Also auch das ist ja etwas, du kannst ja nur dann wirklich eine gute Strategie finden, gute Texte schreiben, gute Keywords nutzen, gutes Bildmaterial verwenden, wenn du auch wirklich die Zielgruppe verstehst und das Geschäftsmodell. Ja, und wenn du keinen festen Ansprechpartner hast, sondern das immer wieder wechselt, dann kannst du das quasi kaum erfüllt bekommen. Ja, das wird nicht funktionieren. Ja, nochmal zum Thema so Blackbox. Ja, auch da fehlt natürlich komplett der Wissenstransfer. Das heißt, du weißt nicht, ob und was umgesetzt wird und vor allem, warum wird denn etwas umgesetzt und warum wird etwas gemacht? Ja, das sind auch so Dinge, die wir und auch zum Glück anderer Agenturen tatsächlich ihren Kunden auch transparent erklären und zeigen. Ja, und nur so funktioniert das auch, wenn beide Seiten auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und auch wirklich die am gleichen Strang ziehen und dann wirklich auch das Verständnis voneinander haben. Das heißt, das Idealszenario ist, der Kunde, das zum Beispiel mittelständische Unternehmen, ja, das hat total die Expertise in ihrem Produktbereich oder Dienstleistungsbereich und hat auf der anderen Seite jemanden als Agentur, der total die Expertise hat im Bereich zum Beispiel Suchmaschinenmarketing oder Tracking, also Google Analytics, Tag Manager etc. Und wenn die beiden regelmäßig sich austauschen, dann ist dieses Gesamtverständnis, was beide Seiten für die jeweiligen Themengebiete haben, einfach so, dass das extrem erfolgreich wird in der Zusammenarbeit. Ja, weil eine Agentur wird nie so tief in das Geschäftsmodell und die Zielgruppe einblicken können von einem Kunden, wie du das selbst machst und wie deine Mitarbeiter das machen können. Und umgekehrt ist es halt nicht die Aufgabe dieses KMUs, da wirklich auch so tief in Suchmaschinenmarketing einzutauchen. Können sie, aber ist natürlich nicht jetzt in einer normalen Agenturbeziehung so der Hauptzweck, sondern da geht es darum, einfach zu erfahren und mitgeteilt zu bekommen, was sollten wir wie umsetzen, damit wir unsere Ziele halt noch besser erreichen. Ja, dann überlege auch mal das Thema Vertragslaufzeit. Muss es wirklich sein, dass zwölf Monate Mindestlaufzeit vereinbart werden oder manchmal sehe ich auch sogar 24 Monate? Das finde ich persönlich schon ziemlich krass. Also das sind Laufzeiten, die wir auch noch nie gewählt haben, egal ob früher im Angestellten-Dasein oder eben in der Selbstständigkeit. Bei uns haben Kunden meistens eine dreimonatige Erstlaufzeit und dann haben sie ein bis drei Monate fortlaufende Kündigungsfrist. Und das ist auch total fair, also für beide Seiten tatsächlich fair. Ich verstehe nicht, warum man da solche langen Laufzeiten nehmen muss. Bei der Suchmaschinenoptimierung, da ist das was anderes, da ist es verständlich. Da braucht es eine gewisse Zeit, bis das wirklich auch Früchte trägt. Da kann man nicht nach drei Monaten schon entscheiden, ist erfolglos und wir beenden das jetzt, sondern da muss man tatsächlich dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit geben. Ja, genau. Das sind so Punkte, die ich dir einfach mal mitgeben will. Also das Thema steht die Vergütung immer noch im Verhältnis zur Leistung. Sollte eine Vergütung wirklich eine Variable haben, die auf die Ausgaben bei Google bezogen ist, hast du und die Agentur immer noch die gleichen Ziele? Hast du Zugriff auf dein Konto? Bekommst du da auch entsprechend Auswertung und Wissenstransfer? Hast du einen festen Ansprechpartner? Musst du beim Ende der Zusammenarbeit, die vielleicht auch eine sehr lange Laufzeit hat, musst du da etwas dafür bezahlen, dass du eben Zugriff auf dein Konto oder deine Kampagnen bekommst? Und wie gut kann sich die Agentur oder dein Dienstleister mit dem Geschäftsmodell von dir identifizieren und beschäftigt sich wirklich auch damit? Also auch da verstehe ich tatsächlich manchmal dann die Kunden nicht, wenn man eine Betreuung für beispielsweise 200 Euro im Monat eingeht und sich dann wundert, dass halt einfach nicht viel Zeit investiert wird in das Konto, in die Kampagnen, in vielleicht Telefonate und Meetings. Aber da muss ich dann eben auch sagen, naja, was erwartet man für 200 Euro? Also der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin, die wird eben für diesen Preis vermutlich 100 Kunden, wenn nicht sogar mehr, betreuen und hat natürlich auch nur einen ganz normalen Arbeitstag. Das heißt, das geht einfach nicht. Also das steht in keinem Verhältnis, auch nicht für die Agenturseite. Das muss natürlich immer für beide Seiten ein sinnvolles, faires Modell sein, was auch entsprechend kalkuliert werden kann. Ja, genau. Ich hoffe, ich habe dir mit diesen Punkten so ein bisschen ein paar Impulse gegeben, was du vielleicht überdenken solltest, gerade dann, wenn du jetzt eine Ankündigung bekommen hast, dass deine Agentur den Preis erhöhen möchte, noch mal drüber nachzudenken. Nachzudenken. Und in dem Zuge kann ich natürlich auch einfach noch mal unser Angebot pitchen und das aus vollem Herzen, weil du bekommst eben bei uns die volle Transparenz. Das heißt, wenn du dich entscheidest, bei uns eine Kampagnenbetreuung zu starten, dann bleibt dein Konto oder wenn wir ein neues Konto erstellen, wirklich im Vollbesitz auf dein Unternehmen. Du hast kompletten Administrationszugriff und noch nie haben wir irgendwie einen Stein in den Weg gelegt, wenn es darum ging, Zusammenarbeit endet und das soll entsprechend übernommen werden und weitergeführt werden. Oder soll vielleicht sogar an eine andere Agentur, an einen anderen Dienstleister übernommen werden. Achte also unbedingt darauf, dass dir dein Google Ads und dein Analytics-Konto dir gehört. Genau. Wenn du das haben möchtest, wenn du eine wirklich solide Basis haben willst, wenn du also ein gutes Google Ads-Konto mit guten Strukturen, mit gut performenden Kampagnen, mit sinnvoll ausgewählten Zielen und eben auch mit der gesamten Messbarkeit über Google Analytics und den Tag Manager haben willst, dann wären wir halt die richtigen Ansprechpartner. Vor allem dann, wenn du eben sagst, ich möchte eben nicht mehr diesen hohen Betrag für eine Agentur bezahlen oder diese schlechte Erfahrung haben, sondern möchtest das in deinem eigenen Unternehmen aufbauen. Egal, ob du selbst das jetzt dir als Wissen aneignen möchtest oder ob das ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sein wird, dann sind wir vor allem dann eben nicht mit der fortlaufenden Kampagnenbetreuung, sondern mit dem Modell des Master of Search halt ideal. Wir sind genau auf dieses Modell ausgerichtet. Wir haben dort viele Kunden drin, die genau das haben. Die haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Agenturen. Das möchten sie in der Form nicht mehr fortführen. Sie haben in-house das gesamte Wissen über die Produkte, das Angebot, die Dienstleistung und das Geschäftsmodell und wollen das einfach auf eine solide, gute Basis stellen, wollen dabei begleitet werden, wollen im Prinzip eine Art Sparrings-Partner haben, den sie jederzeit fragen können, ist das so richtig, was ich da mache? Kannst du mir vielleicht helfen, da den Google Tag Manager einzurichten? Irgendwie funktioniert das und das im Tracking noch nicht. Könnt ihr da bitte nochmal rüberschauen. Und dann wirklich mit dieser soliden Grundlage das Schritt für Schritt erfolgreich aufbauen und halt immer weiter zu skalieren. Und das wirklich im eigenen Unternehmen zu haben und immer weiter quasi aufzubauen. Trotzdem aber die Gewissheit zu haben, dass man halt jemanden fragen kann auf diesem Weg zu diesem Schritt. Denn das ist kein Geheimnis. Google hat in den letzten Jahren sehr viel verändert, sehr viel automatisiert. Vieles ist algorithmisch einfach extrem gut geworden. Es gibt Kampagnen, die mehrere tausend Euro im Monat ausgeben, an die man wirklich nur noch einmal im Monat kurz eine Stellschraube verändern muss. Das heißt, man kann das System mit einer guten Grundlage auch wirklich nutzen und wirklich erfolgreich nach vorne bringen. Da haben wir unzählige Beispiele für. Und genau das wollen wir eben auch unseren Kunden ermöglichen. Und genau das kannst du eben erreichen mit uns und dem Master of Search. Baue das bei dir intern auf und kenne dann genau die Stellschrauben, die dazu führen, dass deine Kampagne entsprechend immer erfolgreicher wird von Tag zu Tag. Genau, das ist dann quasi die perfekte Symbiose aus Wissen über dein eigenes Geschäftsmodell und das Wissen über die Sichtbarkeit auf Google und an welchen Stellschrauben man da eben drehen muss. Ja, wenn das jetzt interessant für dich klingt oder du mir Feedback geben möchtest, ich habe schon auch auf eine kürzlich rausgeschickte E-Mail eine Menge an Antworten bekommen. Da ging es um das Thema Agenturerfahrungen, was wir so kopfschüttenderweise schon über andere Kundenagenturbeziehungen gehört haben. Da wird jetzt in den nächsten Tagen auch noch einiges dazu rauskommen. Ja, da sei dann eben auch nochmal ans Herz gelegt. Abonniere sehr gerne die Newsletter-Liste. Gehe einfach auf masterofsearch.de und ganz unten findest du dann die Anmeldemöglichkeit für den Newsletter. Ja, und wenn du quasi da sozusagen mir auch Feedback geben möchtest, auch deine eigenen Geschichten erzählen möchtest, ja, dann schreib mir sehr gerne an christoph.masterofsearch.de oder über LinkedIn, wie du möchtest. Ja, du erreichst mich ja auf den verschiedensten Wegen. Gut, dann hoffe ich, dir hat die Folge gefallen und dann hören wir uns bei der nächsten wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.